Ich brauche Steine. So, das sind dann nur noch die Schwertkampfer, Jungs, das war's dann auch. Okay. Das war's, Jungs. Ja, später, wie ich gesagt habe. Ich brauche Steine. Die Gegner sind da, so alle weg, also von daher steuert es mich nicht mehr. Ihr solltet die Wäsche ins Trockenen bringen. Es regnet. Oh, armes Baby. Zeig uns den Weg. In Ordnung. Ja, wie ihr wollt. Ja, wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht, ihr Wunder. Ah. Das war hier das Nächste. Das kann ich. Gut. Ja, mein Herr. In Ordnung. Sehr wohl. Ja, mein Herr. Ich glaube, da war nichts drin, oder? Doch, Leben. Ah, Leben, das ist gut. Das ist sehr gut. Very good. Der wird doch selbstständig und arbeitet jetzt hier. Ja. Ah, eingebildet. Ah. Aha, gut. Hier ist noch irgendwo eine Schatztruhe. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich brauche jetzt mal wieder 200 Steine. Tribute habe ich nichts. Wir sind einfach ein. Mhm. Komm schon. Ja. 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 die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. So, jetzt sprech mir mal den Kanonengieser, der wird auch immer was sagen, ja, ja, ja. Na, du Kanonengieser. Wusstet ihr schon, dass sich südlich von hier ein Siedlungsplatz befindet? Er liegt sehr abgelegen und ist deswegen von den Belagerern bisher verschont geblieben. Nettes Örtchen. Solltet ihr mal besuchen. Ja, ja, hatte ich ja schon. Aber es musste alles sehr kaputt, ähm... Ja, aber es wurde alles ruiniert. So, fertig. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Los! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Schafft ihr es vorher oder nachher? Schaffen die nicht mehr. Das habt ihr gut gemacht, Dario. Von dieser Seite wird Crawford nun nicht mehr so leicht zu nehmen sein. Aber die Stadt ist noch lange nicht sicher. Um die Angriffe aus dem Osten zurückzuhalten, müsst ihr auch dort zwei Ballistertürme bauen. Ich weiß. Diese Verteidigungswaffen scheinen den Angreifern ordentlich Respekt einzuflößen. Tja, wie man sieht, ne? Achtet darauf, dass die Horden nicht nach Crawford vordringen. Das wäre unser aller Ende. Ich weiß. Ab Bord an der markierten Stelle zwei weitere Ballistertürme haltet die Stellungen im Westen und Osten. Die Stadt darf nicht fallen. Die Angreifer kommen aus diesen Gebäuden her. Wenn ihr sie zerstört, werden die Angriffe bestimmt anfüllen. Ich sehe da keine Gebäude mehr? Außer Zelte? Hä? Witz! Jawohl. Zeig uns den Weg. Das war der Witz des Monats. Yay. Prima. Toll. Ich krieg mir selber ein Däunchen. Wie ihr wollt. Einer eurer Helden wird angegriffen. Wie ihr wollt. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Der Sieg wird unser sein. Angriff! Und da wieder dasselbe Spiel. Erstmal die zerstören. Damit zerstört nur die kleinen Gruppen da. Dann zerstört ich die Türme. Ballistaturm. Dann sitzen die zum Schluss des Gemeindenzentrums. Als Gemeindenzentrum oder Gemeinschaftszentrum. Der heißt... Ach, Gemeindezentrum. Egal. Feinde greifen den Gegner an. Feinde greifen den Gegner an. Ja. Feinde greifen die Helden an. Oh mein Gott. Dann ist es halt so. So, zerstört jetzt den restlichen Ballista. Ballista, Alista. Kann ich eigentlich die restlichen Karten hier, die Hättest, aufdecken und dann plupp fertig. Feinde haben einen Held attackiert. Schön. Interessiert. Erkunde das Land. Aber nur das Land. Nicht der Land. Ha, so lustig. Na los, zerstört doch mal jetzt den Ballista. Jawohl. Nein. Der Sieg wird unser sein. Auf in den Kampf. Folgt mir, Brüder. So, Paul. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen mich. So, das reicht. Wie ihr wünscht. Zahltag. So. Das stört diesen Ballista-Turm der Unendlichkeit. So soll es sein. Wie ihr wollt. Auf in die Schlacht. Nur Mut. Wir werden siegen. Erkunde das Land. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Auf sieh. So. Wird das erstmal zerstört. Auf in den Kampf. Ja. Ihr habt es so gewollt. Jo. Komm mal. Da kommt der wieder. Die kraft er jetzt nun an. Kraft er die Soldaten an, oder was? Wir erledigen das. Ein Held ist in großer Gefahr. Nee, ein Held. Zeig uns den Weg. Hat der ganze Tag da den Held getroffen, Alter. Ja. Auf zu den Kampf. Kein Problem. Kein Problem. Drei, sechs, acht. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Schmalztag. So, jetzt noch der und dann da. So. So. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ich weiß, sechs davon sind auch da. Ah. Okay. Wo war das? Es war hier. Hört gemacht. Jawohl. 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 So. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Ich weiß. Ich kann mit ihnen eigentlich zusammen hier gehen und dann... So. Wie ihr wünscht. So. So. ok erkunde das land und die muss jetzt regnen wenn die helden aber wieder nach ich hab zwar jetzt hier einen besseren überblick aber kommt doch mal jetzt ist das so klein nun hat sie mit der nenne jetzt wird sie noch weniger aufgenommen aufgedeckt so truhe entdeckt gut wo sind denn die bremer oder sein schatten na flieg wie besser ist so 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 perfekt dahin gemacht ach so das gehört mir kann ich jetzt feierabend machen deswegen ist die ganze gamme aufgedeckt das ist mir gar nicht vorhin aufgefallen der sommer kehrt zurück und wenn ich sie zerstöre dann ist es wieder weg wir sind weg das sind die bewegende statuen statuen wie man auch immer so schön sagt so 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 die keine Klage hören schwachsinnig, weil ich das gerade mache, aber dass er wenigstens auch schlafen kann.